Aber mein Papa hat tatsächlich selber Klavier gesprüht oder sprüht immer noch Klavier und bei uns ist zu Hause ein Klavier im Wohnzimmer gestanden und dann hat sich das auch irgendwo angeboten, dass man das lernt und jetzt nicht was, was man erst sagen muss oder was man halt nicht hat. Und ich habe das immer genossen, wenn der gesprüht hat und dann nicht so was 0815-mäßig ist, sondern dass es einfach was Besonderes ist, wenn ich mit meinen Händen was machen kann. Mein Papa ist auch ein sehr stolzer Handwerksmeister und so war das für mich am Anfang von meiner Ausbildung schon klar. Also wenn ich sowas mache, dann möchte ich auch irgendwann meinen Master machen. Aber der Hauptblock war im Michael-Lendekur-Park und da musst du die Leute aktiv reinbringen und mein Gedanke war dann eben, warum bringen wir nicht die Musik dahin, wo die Leute eh schon sind und nicht andersrum. Servus, grüß dich und hock dich her zum Hohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Korbinian Sala. Korbinian ist ein Vollblutmusiker. Mit sechs Jahren hat er sein erstes Instrument erlernt. Damals war es Klavier und mittlerweile spielt er elf oder zwölf Instrumente. Ganz so genau weiß er das auch nicht. Seine Ausbildung zum Metallblasinstrumentenbauer hat er an der staatlichen Berufsfachschule für Instrumentenbau in Mittenwald absolviert. Er hat seinen Meister gemacht, dafür den Staatsährenpreis bekommen und sich mit einer kleinen Werkstatt seine erste Existenz aufgebaut. Dann rief die Berufsfachschule und jetzt lehrt er da, wo er früher ausgebildet wurde. Parallel dazu kümmert er sich oder ist er verantwortlich für GAPA Live, das früher mal Musik im Park geheißen hat und ist hier für die Programmgestaltung, für die Musikkapellen und für eine neue Ausrichtung verantwortlich. Freut euch auf ein Gespräch mit einem jungen, voll motivierten Menschen, der Musik liebt, für die Musik lebt und vielleicht den ein oder anderen zu Musik machen, inspirieren und motivieren kann. So und jetzt habe ich genug erzählt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Der heutige Gast im Hoergarten spielt mehr Instrumente, als ich Finger an zwei Händen habe. Er ist in der Lage, Blechblasinstrumente zu bauen und er lernt es jungen Menschen, diese Instrumente auch zu bauen. Er ist leidenschaftlicher Musiker und verantwortlich für GAPA Live und jetzt herzlich willkommen im Hoergarten, Korbinjan Sala. Ja, David, vielen Dank für die schöne Anmoderation, vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf, gefreut mich sehr und vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist und dass wir uns bei mir da in der Werkstatt treffen. Ja, du sehr gerne, wir hocken ja mittendrin hier in deiner, du hast sie gesagt vorhin, in deiner Meister-Eder-Werkstatt und es gibt hier unwahrscheinlich viel zu entdecken und da werden wir, glaube ich, über viele Dinge werden wir jetzt reden. Ich habe gesagt, du spielst mehr Instrumente, als ich Finger an zwei Händen habe. Wie viele Instrumente spielst du? Ich würde sagen, mit den Fingern kommst du gerade so aus, ich schätze mal elf, zwölf, ich müsste jetzt nachzahlen, aber das mache ich jetzt nicht. Aber nicht alles gut, manches so, manches so, aber alles gern. Das sind, glaube ich, elf bis zwölf Instrumente mehr, als viele andere spielen. Was war dein erstes Instrument, welches du gelernt hast? Klavier, tatsächlich. Mein erstes Instrument war Klavier, was ich gelernt habe. Okay. Weil mein Papa gern wollte, dass ich das lerne und nicht mit Blockflöte oder sowas anfange, sondern als stärkeres Instrument gleich was habe, wo man mit zwei Händen was macht, wo man zwei Notenschüsse lernt, wo man ein bisschen was mit Harmonielehre zum tun hat. Und das bin ich heute noch dankbar dafür, dass ich das machen habe dürfen, weil es mich überall weitergebracht hat eigentlich in der Musik. Da fallen mir gleich zwei Fragen ein und das ist immer blöd, zwei Fragen auf einmal zu stellen. Du warst schätzungsweise, wie alt? Fünf, sechs Jahre alt? Sechs Jahre alt. Da ist Klavier schon nach meiner Meinung recht ungewöhnlich, weil es schon recht schwierig zum Spielen. Die Tasten sind halt noch ein bisschen weit auseinander für die Finger, aber du nimmst dir nicht gleich am Anfang alle Finger auf einmal. Wann nach dem anderen, dann geht schon, dann wachsen die Finger mit. Aber es ist nicht das Standardinstrument zum Anfangen. Was eigentlich schade ist irgendwo ein bisschen, ja. Wenn dein Papa gesagt hat oder sich gewünscht hat, dass du mit dem Klavier beginnst, wegen der Notenschlüssel und der Harmonielehre, ist er musikalisch jetzt auch nicht ganz unerfahren, oder? Das mit den zwei verschiedenen Schlüsseln und mit der Harmonielehre ist das, was ich für nutzend rausgezogen habe. Aber mein Papa hat tatsächlich selber Klavier gesprüht oder spielt immer noch Klavier. Und bei uns ist zu Hause ein Klavier halt im Wohnzimmer gestanden und dann hat sich das auch irgendwo angeboten, dass man das lernt und jetzt nicht was, was man erst sagen muss oder was man halt nicht hat. Und ich habe das immer genossen, wenn der gesprüht hat und dann kommt man da automatisch mit rein. Also Musik und Harmonielehre schon im Blut und dann auch noch auf die Tasten gebracht. Naja, wir sind jetzt keine Musikerfamilie, es gibt ja wirklich Familien, die das über Generationen ganz groß pflegen. Meine Mama spielt auch sehr gerne Musik und spielt Zitter und Gitarre und hat Geige gespielt früher und hat immer gesungen. Aber halt so für den Hausgebrauch oder mit ihren Kindern. Aber wir sind jetzt keine Profimusikerfamilie oder so, dass ich da jetzt irgendwo reingeboren worden wäre. Ja, also ich glaube, das kommt immer darauf an, mit wem du das vergleichst. Bloß auch da, ich sage mal, so eine handelsübliche Familie, wo vielleicht Musik nicht so eine Rolle spielt. Also aus dieser Sichtweise heraus ist es schon eine Musikerfamilie, wo Musik eine Rolle spielt in verschiedenen Formen und das dann mit weitergegeben wurde. Musikaffine Familie, auf jeden Fall. Musikaffine Familie. War toll, ich war es gemacht. Und bei dem, was ich eingangs sagte und da, wo wir jetzt hier sitzen, ist es ja nicht ganz spurlos an dir vorbeigegangen. Nein, es hat sich schon irgendwo eingebrannt. Ich habe mich immer begleitet und werde mich immer begleiten. Das ist einfach so. Jetzt hast du Klavier gelernt und irgendwann kommt dann der Wunsch, was anderes auch noch zum Lernen, Blechblasinstrument oder Gitarre? Ich wollte unbedingt Trompete lernen. Das war mein Trauminstrument. Und dann war es irgendwann so weit. Ich habe einige Jahre Klavierunterricht gehabt und dann habe ich in die Musikschule dürfen zum Trompetenunterricht, zum Schön nach Edi. Und da habe ich dann einige Stunden gehabt. Und der Edi hat dann gesagt, gibt es so dicke Lippen fürs Trompete spielen. Okay. Ich habe das dann schon verstanden. Im Jugendblasorchester hat es damals kein Tuba gegeben und man hört halt, wenn ich brauche. Und dann hat Edi gesagt, du musst Tuba spielen. Und das wollte ich nicht. Eigentlich war mein Wunsch Trompete, das war es dann nicht. Und dann habe ich, eher so mit Fleiß, habe ich dann Saxophon gelernt, weil das halt so was ganz anderes ist. Und dann bin ich in der Musikschule blieben, Saxophon gelernt. Dann bin ich gefragt, ob ich nicht bei der Musikkapelle Garmisch anfangen möchte. Mit dem Saxophon, das hat es damals noch nicht gegeben. Und dann habe ich da bei mir mitgespielen, hat mir gut gefallen. Wo dann die ersten Marscheinsätze gekommen sind, haben dann die älteren Musiker gesagt, mit dem Saxophon darf ich nicht mitmarschieren, das gehört sich nicht. Ich muss Klarinetten, wenn dann lernen, sonst darf ich nicht mitmarschieren. Doch das bin ich dann zur Klarinetten gekommen. So hat sich das halt immer wieder irgendwie weiterentwickelt zum nächsten Instrument. Also das ist schon so eine beachtliche, ich sage es jetzt mal, eine Karriereentwicklung. Erstmal vom Klavier, dann über ein Wunschinstrument, dann Alternativinstrument und dann über den Druck mit dem Saxophon, wird nicht marschiert, also Klarinetten. Also war dann schon, ja durch das Umfeld auch, dann gab es eine weitere musikalische Prägung und Entwicklung. Also immer, das Umfeld war immer beteiligt. Dann kommt man in ein Alter, wo man merkt, dass Klarinette jetzt nicht das angesagteste Instrument bei den Mädels ist, sondern dass man mit der Gitarre halt ein bisschen weiterkommt und dann fängt man halt mit der Gitarre an. Und so gibt es immer wieder Bausteine, die die dann dazu bringen, dass du was Neues lernst. Und mir hat es immer Spaß gemacht, neue Instrumente auszuprobieren. Und so hat sich das halt ergeben, ja. Also ich habe ja mal für ein paar Jahre Flügelhorn und Trompeten gespult. Das ist, muss ich jetzt überlegen, ich glaube da war ich zwölf bis sechzehn. Dann kam das Mopedfahren dazu und dann war das wichtiger und dann ist das abgebrochen. Also ich wüsste gar nicht, ob ich noch einen Ansatz habe zum Trompete spielen. Da kannst du das nicht verlernt haben. Wir können das ja nachher mal ausprobieren. Können wir nachher mal ausprobieren. Ist in dieser Zeit, wo Musik für dich schon begonnen hat, immer eine wichtige Rolle oder schon eine wichtige Rolle zu spielen, der Wunsch auch schon gereift oder da gewesen, das beruflich zu machen? Also nicht jetzt als Musiker, sondern als Musikinstrumentenbauer? Als Instrumentenmacher eigentlich in erster Linie gar nicht. Ich wurde tatsächlich, oder was weiß ich, ich habe mit dem Gedanken gespielt, Musik zu studieren. Das wäre dann Klarinette gewesen im Hauptfach und habe da auch mit verschiedenen Leuten drüber geredet. Und ich habe Böhm Klarinette gelernt, das ist ein spezielles System. Wenn du in Deutschland in einem Orchesterstelle gehören möchtest, dann musst du in der Regel deutsche Klarinette spielen. Das heißt, ich hätte schon mal umlernen müssen auf ein anderes System, was jetzt vielleicht nicht das Hauptproblem gewesen wäre, aber es haben mir einfach viele Leute davon abgeraten. Und ich war mir selber nicht sicher genug, ob das wirklich, bis dahin war Musik machen immer Hobby und auch schon ein bisschen Geld dazu verdienen. Wir haben früh auf der Nacht in der Wirtschaft gespult und gesungen und immer war es nett. Und wenn du dir dann mal so wirklich Gedanken machst, möchte ich das jetzt wirklich jeden Tag und möchte ich das mirsen. Und dann ist die Entscheidung halt gefallen, dass ich das nicht machen möchte. Wollte aber trotzdem was mit Musik machen, habe mich dann umgeschaut, was es halt noch so gibt in dem Bereich und bin dann auf ein Instrumentenmacher gekommen. Zuerst auf ein Holzblasinstrumentenmacher. Da hat es aber in der näheren Umgebung sowieso nicht, auch in der weiteren Umgebung keine Lehrstelle gekriegt und ich wollte jetzt nicht sonst wo hingehen, da war ich zu sehr verbunden oder habe meine ganzen Freienzern auch da geblieben und ich wollte halt nicht so weit weg. Wer weiß, was sich dann entwickelt hat. Aber es ist nicht so gekommen und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass in Mittenwald eben in der sogenannten, jetzt mache ich Anführungszeichen, Geigenbauschule, in der Instrumentenbauschule, Metallblasinstrumentenmacher ausgebildet werden. Das war damals erst seit zwei Jahren und dann habe ich mich da beworben. Ich habe davor schon Tinarhan gelernt, habe dann noch ein paar Saune mit übernommen und man hat da ein Blechblasinstrument spielen müssen, oder muss man heute noch, muss man ein Instrument aus seinem Fachbereich spielen, dass man aufgenommen wird und so habe ich das eben forciert, bin in der Schule angenommen worden und habe dann da meine Ausbildung gemacht. Jetzt lass uns nochmal ganz kurz oder nochmal erklären, es gibt ja einen Unterschied zwischen Blechblasinstrument und Holzblasinstrument. Ein Holzblasinstrument ist jetzt nicht nur eine Flöte, was sich viele denken, sondern das sind ja eine Klarinette, ein Saxophon, Robohe, Fagott, sind Holzblasinstrumente. Das liegt aber nicht an dem Material, sondern an dem, wie heißt das? An der Anblastechnik. An der Anblastechnik, da ist so ein kleines Holzblättchen drin, oder? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei der Querflöte hat man ja kein Blättchen, aber immer wenn die Luft auf eine Schneide trifft, in irgendeiner Form, ist es ein Holzblasinstrument. Ah, okay. Das beste Beispiel ist, das Saxophon ist, außer das Blättchen ist nichts aus Holz, ist ein Holzblasinstrument und am Alphorn ist außer den Ringen, wo man es zusammensteckt, nichts aus Metall, aber es ist ein Metallblasinstrument. Also da geht es rein um die Tonerzeugung. Ah, okay. Also, ich habe was gelernt und ich hoffe, alle, die zuhören, haben auch was gelernt. Jetzt gehen wir zurück nach Mittenwald, Andi. Und das ist echt spannend. Für mich ist das immer noch die, also bis eben ist es die Geigenbauschule gewesen, oder weil sie dafür bekannt wurde, oder weil Mittenwald dafür bekannt ist, dass jetzt noch viel, viel mehr Musikinstrumente dort ausgebildet oder gelehrt werden, war mir nicht so richtig bewusst. Mittenwald hat eine ganz große Geigenbautradition durch Matthias Klotz, der den Geigenbau eben noch mit der Welt gebracht hat. Aber man hat dann erweitert auf Zupfinstrumente, sprich Gitarrezitter, Harfe und hat dann den Metallblasinstrumentenbau dazu genommen und ein paar Jahre später noch den Holzblasinstrumentenbau. Also man kann in Mittenwald in vier verschiedenen Fachbereiche seine Vollzeitausbildung machen. Deswegen heißt es staatliche Instrumentenbauschule Mittenwald und nicht Geigenbauschule. Aber das wird man noch lange nicht in die Köpfe von den Leuten einbringen, weil es halt einfach immer so geheißen hat. Das ist, das ist, du hast gerade zu lachen, das ist wie der Edeka unten bei den Gemeindewerken, der auch noch der Super 2000 ist. Und der da drüben heißt immer noch Tengelmann. Das ist halt so. Ja, also vielleicht haben wir ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet. Also deine Ausbildung hast du gemacht, dann ist der Blechblasmusikinstrumentenmacher. Metallblasinstrumentenmacher ist die offizielle Berufsbezeichnung. Das ist ein bisschen ein sperriger Begriff. Blechbatscher kann man sagen zum Beispiel. Also du hast die Ausbildung in Mittenwald gemacht und hat sich dann schon mehr rauskristallisiert, wo die Reise hingeht? Ich wollte unbedingt im Neubaubereich arbeiten, aber das Reparieren hat mir eigentlich auch Spaß gemacht und dann habe ich mir eben einen Betrieb gesucht, der beides abdeckt und bin dann in Bad Tölz gelandet nach der Ausbildung bei der Firma Grinner. Okay. Du hast bis dann jeden Tag nach Bad Tölz gefahren? Ja, genau. Das war nicht so schlimm. Ich fahre gerne Auto, höre gerne Hörspiele. Das war für mich eher Erholung in der Früh. Ah, okay. Wie viele Jahre warst du dann in Tölz? Also ich war, ich glaube, da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachschauen, aber ich glaube zweieinhalb Jahre war ich Vollzeit da. Und dann, während ich dort war, hat man den Zierhagel-Bereich, also steirische Harmonikas, aufgebaut. Da war ich sehr mit involviert dann irgendwann, auch wenn ich nur so kurz dort war. Aber das ist alles relativ zugegangen und war dann da als Harmonikastimmer eben mit tätig und habe dann, nachdem ich dort aufgekehrt habe, für die Firma noch teilweise eben Metallblastinstrumentenbau was gemacht bei mir in der Werkstatt und einige Harmonikas noch gestimmt und die haben uns halt hin und her geschickt. Also ich habe nur auf Rechnung dann gearbeitet quasi. Ah, okay. Und hast du dann parallel schon deine Werkstatt angefangen oder so ein bisschen selber zum Reparieren und vielleicht Freund oder sowas mal ein Ventil zum Wechseln? Ja, das geht alle so. Das geht auch meine Schüler so. Ich bin ja Lehrer in Mittlerweile. Dass man, sobald man irgendwie in Berührung kommt mit dem Blech und sich ein bisschen auskennt, können wir die Leute auf einen zu, weil es halt einfach nicht so viele Instrumenten machen gibt und sagen, kannst du mal schnell die Däumen rausschirmen? Kannst du mir das Ventil wieder zum Laufen bringen? Ja, mir ist gestern das und das umgefallen oder was? Kannst du das bitte schnell reparieren? Und dann fängt man halt an und glaubt sich so nach und nach sehr Werkzeug zusammen. Und ja, das hat unter der Ausbildung schon angefangen, dass ich halt Werkzeug besorgt habe und so Kleinigkeiten gemacht habe, mehr schlecht als recht. Und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt. Und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich eigentlich lieber mein eigener Chef sein möchte, in dem Moment und habe mich dann entschlossen, dass ich mich selbstständig mache. Für den eigenen Chef und die Selbstständigkeit brauchst du den Meisterbrief? Im Instrumentbau nicht. Ah, okay. Das ist ein freies Gewerk, also wir haben keinen Meisterzwang. Leider, muss ich sagen. Nicht mehr. Du hast aber trotz dessen einen den Meister gemacht, um für dich das von der Mut abzuschließen oder zu sagen, ich habe dann auch die fundierte Ausbildung. Ja, das hat mehrere Gründe. Der eine ist, dass man noch etwas lernt. Der nächste ist, dass in meinen Augen immer noch ein Aushängeschild ist, wenn ich irgendwo Meisterbetrieb draufschreiben kann oder wenn ich sage, ich bin Handwerksmeister. Und das andere ist, dass das Handwerk in meiner Familie einfach Tradition hat. Und mein Papa uns von klein auf so ein Stolz aufs Handwerk mitgegeben hat, dass das nicht eine Arbeit ist, die jeder macht oder dass das nicht so etwas 0815-mäßig ist, sondern dass es einfach etwas Besonderes ist, wenn ich mit meinen Händen etwas machen kann. Mein Papa ist auch ein sehr stolzer Handwerksmeister und so war das für mich am Anfang von meiner Ausbildung schon klar. Also wenn ich sowas mache, dann möchte ich ja irgendwann meinen Meister machen. Ah, okay. Das ist so ein bisschen Handwerker-Stolz einfach irgendwo gewesen. Also neben der Musik auch noch dann den, ja, Stolz auf das, was du mit deinen Händen schaffst oder was ich mit den Händen schaffe, dann das auch noch konsequent dann weiterzuziehen. Ja, nicht Stolz im Sinn von... Ich kann mehr als andere, aber es ist ja Selbstbewusstsein halt einfach. Also das ist auch wichtig, dass du das sagst, weil das ist bei mir auch so angekommen. Es geht nicht darum, dass du jetzt mit deinem Meisterbrief rumläufst und sagst, schaut mal, was ich da habe, schau, was ich da habe, sondern es rundet es ab und ja, bestärkt das Ganze nochmal. Das war eher für mich selber. Ich habe ja auf meinem Firmenschild nicht Meisterbetrieb draufstehen. Wenn du dich ein bisschen mit dem Betrieb beschäftigst, triffst du natürlich irgendwann auf den Titel. Aber es ist jetzt nichts, was ich als Verkaufsschlager nehme. Warum? Es gibt ja genug Handwerker, die Meister sind. Aber ja, für einen selber ist das halt irgendwie dann wichtig. Wenn ich sowas anfange, dann bin ich nicht so weit gekommen, dass ich nur so weit komme. Sondern du möchtest ja dann noch ein bisschen weitermachen. Das ist eine Sache, die, glaube ich, bei dir schon so rauskommt. Du bist unwahrscheinlich neugierig und beschäftigst dich mit vielen Dingen. Allein, wie du dich von Musikinstrument zu Musikinstrument hangelst, wo vielleicht dann einer sagt, ja mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie was Neues lernen muss, nur damit ich mitmarschieren darf, dann lasse ich es gleich ganz sein und mache halt irgendwas anderes. Aber das würde ich ja nochmal ansparen. Ja, irgendwo schon, ja. Wie kann ich mir das dann vorstellen mit der Werkstatt, die so im Kleinen ein bisschen aufgebaut wurde, begonnen hat? Dann bist du Vollzeit-Selbstständiger. Gibt es da irgendwelche Instrumente, auf die du dich spezialisierst? Oder sagst du am Anfang, ich mache erst mal alles, damit ich schaue, wo ich mich etablieren kann oder dass ich mir einen Namen mache? Alles kannst du in so einem kleinen Betrieb nicht machen, weil du für jedes Instrument andere Vorrichtungen brauchst, Formen brauchst und die Zeit auch gar nicht da ist allein. und Reparaturen sind ja auch noch zum Glück dann relativ bald früh gekommen. Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich mich auf Instrumente aus dem Volksmusikbereich konzentrieren möchte. In Tölz haben wir beides gemacht, da haben wir Volksmusik, also es sind ja keine Volksmusikinstrumente, aber sowas wie Flügelhörner, Ventilposaunen, Bassflügelhörner, was man jetzt im Volksmusikbereich spielt, haben wir gebaut, aber auch für wirklich hochkarätige Profis, Konzerttrompeten zum Beispiel. Und da war mir schon klar, dass ich das nicht machen möchte, weil mir das nicht so Spaß gemacht hat. Ich war ja da auch im Vertrieb tätig und, also was heißt im Vertrieb, das klingt so hochtraubend, ich bin halt auch draußen gestanden und habe den Instrumente gebracht und versuche die zu beraten. Und je professioneller dieser Kundenbereich wird, desto schwieriger wird es auch, den zufriedenzustellen. Und gerade im Konzerttrompetenbereich gibt es halt auch relativ viele Hersteller und ich habe mir dann gedacht, wenn ich schon so ein kleiner Betrieb bin und möchte es eigentlich auch allein irgendwie stemmen, dann suchen wir eine Nische. Und das waren dann eben die Volksmusikinstrumente. Eine Nische beziehungsweise auch ein Musikgenre, in dem du dich ja selber auch spielst, wo du ganz nah dran bist, also wo du dann auch die Bedürfnisse kennst und vielleicht auch die Macken von dem einen oder anderen Instrument, wo du vielleicht auch dich, wo du den Kunden vielleicht besser zufrieden oder einfacher zufriedenstellen kannst, als in einem Bereich, den du vielleicht, also ich hoffe, ich verrenne mich jetzt nicht mit meiner Argumentation, aber im Bereich, den du zwar jetzt kannst, eine Konzerttrompete bauen, bloß da du selber keine Konzerttrompete jetzt regelmäßig spielst, bist du vielleicht auch nicht so nah dran, an denen, die das wirklich brauchen. Ja, das kommt bestimmt auch mit dazu. Du kannst auf einem anderen Niveau miteinander drehen, wenn dein Gegenüber weiß, dass du weißt, wovon du sprichst, oder? Das ist in jedem Bereich so. Und so ist es da auch. Und ich bin jetzt nicht, was das Hören angeht, auf Volksmusik eingeschossen. Ich höre jede Musik gern. Ich habe keinen speziellen, kein spezielles Genre, was jetzt mein Steckenpferd ist. Und ich habe auch überall gern gesprüht. Ich habe ja Big Bang gesprüht und alles Mögliche. Aber Volksmusik war immer schon wichtig und es sind halt einfach geschmärche Leute und da kannst du halt einfach ein halbes Bier trinken und kannst dich über das Instrument unterhalten. Und das hat mir irgendwie gut gefallen. Und ist ja letzten Endes dann auch deine Zielgruppe, deine potenziellen Kunden. Sind sie geworden. Wo du dann zusammenhocken und ein halbes trinken und ein bisschen ratschen und sowas. Und damit wissen alle, was du machst. Du hast dich schwerpunktmäßig spezialisiert auf Bassflügelhörner. 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 Die Entscheidung ist gefallen, ich mache jetzt Bassflügelhörner und dann fängst du an, zeichnest dein erstes Bassflügelhörner und baust das erste Mal drauf los, um zu probieren, ob das auch funktioniert, ob der Klang passt, ob das Handling gut ist und wenn du dann weißt, jetzt habe ich ein Modell, was passt, gehst du raus mit und bietest es an. Oder ist das etwas zu einfach gewesen jetzt? Nein, es ist tatsächlich fast so einfach, wie du es jetzt gesagt hast, bloß, dass nur ein ganz wichtiger Baustein gefällt. Das ist ein Partner, der dir sagt, was noch besser gemacht werden muss. Weil ich sprühe zwar den Ohrhorn und ein bisschen Brosaune, im Bassflügelhörnsäuber war ich aber nie groß irgendwo unterwegs oder involviert und das ist doch ein anderes Instrument einfach. Und da hat mir mein Schulkamerad, der Stiegelmeier, Seppi aus Mitterwald, wahnsinnig geholfen. Der sprüht mittlerweile bei der Tegernseher Danzlmusi, ist wirklich ein Begnadeter und tatsächlich eben Bassflügelhornist, gibt es jetzt nicht so viel. Die sagen, das ist ihr Hauptinstrument und der hat diesen ganzen Prozess mit begleitet. Also mit dem habe ich das Instrument entwickelt. Der hat das immer wieder mitgenommen und der hat das halt, ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche einfach in der Hand und konnte am Ende des Tages genau sagen, was nicht passt und was passt. Und so haben wir über ein Jahr dieses Modell eben entwickelt, immer wieder weiter durchdriftelt und irgendwann sagst du jetzt, glaube ich, jetzt ist es immer viel besser. Jetzt hast du das Modell oder jetzt, was heißt jetzt, das klingt ja wieder arrogant. Jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe und es ist so, wie der Seppi sagt, für ihren Bass und für den nächsten Bass wahrscheinlich vielleicht nicht oder, also das ist ja eine Geschmackssache, das sind ja wie Werkzeuge. Das ist ja nichts anderes, was wir machen und deswegen muss da jeder Musiker sein passendes Werkzeug finden. Du kannst nicht ein Instrument bauen und das passt dann, das ist das eine Instrument und das passt für alle, das gibt es nicht. Okay, ja. Und so hat man das entwickelt und dann, ja, wo gefangt ist, versuchen an den Mann zu bringen. Und jetzt wird es ja spannend, weil das, so ein Instrument, wenn ich mich mal so umschaue, unwahrscheinlich filigran, schaut im ersten Blick aus, wie tausend Teile und Bögen und Schrauben hier, Ventile da. Das ist ja nichts von der Stange. Also du hast ja jetzt keine Fertigung, wo Fertigungsstraßen sind, wo du weißt, am Ende der Woche habe ich irgendwie 500 Stück Bassflügel, haben wir fertig, sondern das ist ein Prozess, der dauert ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden oder wie viele Teile überhaupt oder aus wie vielen Teilen so ein Instrument besteht oder wie viele Arbeitsschritte das sind. Wir müssen jetzt mal zäunen, du kannst ja mal zuschauen und mit so einem Klicker, die da nebenstehen, und mitschauen. Ich kann es dir jetzt auf annehmen, kann ich sagen, wie viele Einzelteile das sind, aber es sind schon einige, gerade wenn man den Ventilstack ausschaut, sind ja ganz viele Kleinteile, die man da zusammensetzen muss. Ich muss jetzt raten, lass 100 Teile sein, lass 80 Teile, ich kann es dir nicht genau sagen. Die alle selbst gefeiert werden? Nein, das geht nicht und das macht auch keiner. Okay. Manche sagen, dass sie es machen, aber es stimmt dann nicht. Also das ist unrealistisch. Also du musst, manche Sachen zukaufen oder du bist gut beraten, wenn du manche Sachen zukaufst, weil du verrennst dich da in Sachen, die hat jemand, die macht jemand schon so gut, dass das du maximal nachmachen kannst, aber sicher nicht besser machen kannst. Das ist einfach so. Da geht es um die Ventile. Die sind CNC-gefertigt, die sind aufs Hundertstel genauer gefertigt, die kannst du zumindest mit meinen Möglichkeiten händisch gar nicht so herstellen, dass das so gut wäre, wie das geliefert wird. Also es ist ja auch legitim, dass du so spezielle Teile dazu zukaufst und dann den Rest. Ja, da gibt es ja noch ausreichend Möglichkeiten. Es sind noch genug andere Teile da, ja. Aber du musst natürlich auch äußerst zusammensetzen, zusammenlöten, einpassen, einschleifen. Das gehört natürlich schon dazu, aber die Grundfertigung von manchen Teilen, die gibt so gut wie da ab. Es gibt natürlich große Betriebe, die in Manufakturarbeit wirklich alle Teile herstellen, aber so im kleinen Bereich, behaupte ich jetzt mal, gibt es kaum jemanden, der das wirklich von 0 bis 100 selber macht. Ja, und dann war der, nachdem du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast, dich da etabliert hast, kam dann so eine neue Anfrage. Ja, genau. Eine neue Anfrage wurde an dich herangetragen, ob du dein Wissen nicht auch an andere weitergeben wirst. Ganz genau. Die Instrumenten bei Schule Mitterwald ist auf mich zurückgekommen und hat eben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, da ein paar Stunden in der Woche zu unterrichten, wo man natürlich sich erstmal geehrt fühlt, dann auch froh ist, wenn man gerade ein Geschäft aufgemacht hat und hat einfach so ohne großes Zutun ein zweites Standbein, wo man sich ein bisschen drauf verlassen kann und dann hat mir das auch Spaß gemacht. Ich war dann mal oben eben zum, ich habe die Schule dann auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, natürlich ist man ab und zu mal drum, das ist eine sehr familiäre Schule, wir sind ein sehr klein, ganz kleine Klassen, kleines Kollegium und man bleibt in Kontakt, die Schüler, die rausgehen, die sind über Jahre und Jahrzehnte noch mit der Schule in Kontakt und besuchen immer wieder. Aber so auf der anderen Seite vom Schützengraben stehen und dann, ja, das ist natürlich ganz was anderes, vor allem in der Schule, wo man selber gelernt hat. Das weiß wahrscheinlich jeder, der vielleicht aus Wernfalls gegangen ist und dann da jetzt als Lehrer arbeitet. Das ist ein bisschen ein seltsames Gefühl am Anfang. Ja, wie, also gerade das, also was ja, was ich jetzt unterschlagen habe, du bist, also du hast deinen Meister gemacht, du hast deinen Meister mit Auszeichnung gemacht, also das Bayerische Staats Ehrenpreis. Ja, genau. Also für deine Meisterprüfung, also damit hast du dich ja, jetzt fällt mir nur ein Wort ein und ich glaube, das ist auch verkehrt, mit dem, wie du damit umgehst, also entsprechend dekoriert, sage ich mal, oder hast ja auch gezeigt, dass das, was du gelernt hast an der Schule, dass du das auch mit dem dann weiter umsetzen kannst und dass die Schule dann auf dich auch zukommt und sagt, hey, da gibt es doch einen früheren Schüler von uns, der da sich entsprechend gut entwickelt hat, ist ja auch, wie du schon sagst, ist ja eine Ehre auch. Ich habe mich wirklich geärgert gefühlt und dieser Staatspreis war sicher kein Grund dafür. Die Meisterprüfung ist Voraussetzung, dass du in der Schule unterrichten darfst, als Fachlehrer. Das geht gar nicht anders und ich bin nicht so weit weg vom Mittagwald. Das ist natürlich ein großer Bonus für die Schule. Du brauchst jetzt niemanden aus Berlin fragen, ob er bei dir unterrichtet, weil es technisch nicht machbar ist. Also da muss ich schon sagen, da haben ein paar Faktoren zusammengespielt. Sicher nicht, weil ich der Beste für den Job bin oder war, sondern weil es einfach gut gepasst hat. Ich habe mich mit dem Kollegen, mit dem Grausäger Karl, der mich gefragt hat, immer schon gut verstanden. Ich bin aus der näheren Umgebung, bin der Schule irgendwo immer treu geblieben und habe dann mein Meister gemacht. Das hat sich halt so ergeben gewesen irgendwo. Und das Spannende ist, glaube ich, oder das Herausfordernde ist ja dann, wie du schon sagst, du hast die Seiten gewechselt. Auf einmal stehst du vor der Klasse. Das sind ja dann mit Unterrichtsvorbereitungen, Lehrpläne, pädagogische Sachen wahrscheinlich dann auch. Wie vermittle ich denn meine Unmengen an Wissen? Auch in solchen homöopathischen Dosen, dass dann die Schüler mitkommen. Unmengen sind es sicher nicht. Am Anfang war ich da als wirklich reiner Praxislehrer involviert, habe dann irgendwann das Fachzeichnen mitgemacht, weil man das immer schon festgemacht hat. Aber ich habe ja keine Lehrerausbildung gehabt. Das war ja Teilzeitjob in der Schule. Und nach zwei oder drei Jahren, wie ist das jetzt? Zwei oder drei Jahre, hat sich dann aus dieser Teilzeitsache eine Vollzeitstelle ergeben, die frei geworden ist, wo man sich wieder neu drauf bewerben hat müssen. Wo ich dann auch wirklich eine Zeit lang überlegt habe, möchte ich das machen? Weil das heißt ja dann, mit dieser reinen Selbstständigkeit war es. Also das war eben dieser Schritt, wo ich im Kopf ein bisschen gebraucht habe, dass ich sage, ich würde eigentlich immer mein eigener Chef sein. Und jetzt gebe ich das, obwohl ich es eigentlich gerade aufgefangen habe, wieder aus der Hand und mache die Werkstatt nebenbei und bin eben Hauptbüro für die Lehre. Habe mich dann aber trotzdem dafür entschieden. Bin dann nach Ansbach gegangen, habe da die Fachlehrerausbildung gemacht. Ah, okay. Also du hast, das hatte ich jetzt, ich hatte gedacht, du kommst, also gehst dann nach mit, mal sagst du, jetzt bin ich da und jetzt vergleiche ich, wie es funktioniert. Also du hast dann nochmal die, ja im Grunde die Schulbank gedrückt. Ja, also ich habe schon zwei Jahre eben mit meinem pädagogischen Halbwissen, das man in der Meisterprüfung so ein bisschen, oder auf dem Weg zur Meisterprüfung ein bisschen vermittelt kriegt, in dem Ausbilderschein, habe ich halt versucht, das nach bestem Wissen und Gewissen da auf die Beine zu stellen. Mit Unterstützung von den Kollegen natürlich, sonst geht es sowieso nicht. Ja, und erst dann, wo die Vollzeitstelle im Programm gestanden ist, ja, dann wäre es nach Ansbach geschickt. Mittlerweile gibt es in der Nähe von München in einer Schule, aber damals war es eben noch bayernweit Ansbach, alle Fachlehreranwärter müssen nach Ansbach und dann ist da ein Jahr Fachlehrerausbildung. Didaktik, Pädagogik, Psychologie, Schulrecht, hat das so spannende Felder. Alles ohne Bezug zu einem bestimmten Beruf, sondern rein auf Unterrichtstätigkeit. Ah, okay. Und dann war ich tatsächlich Fachlehrer. Also ich finde das gerade schon, es hat fast ein bisschen so eine, ja, so eine schöne Geschichte vom, wo sich der Kreis schließt, also angefangen und dann die Meisterschule gemacht, eigenes Geschäft, eigene Werkstatt eröffnet und dann wieder mit, na, mit den Jahren Erfahrung und mit dem Wissen wieder zurück und dann den Nachwuchs mit zu motivieren und damit zu begeistern, Instrumentenbauer zu werden. Das klingt wie ausgemacht eigentlich, gell? Ja. Aber ich bin ja jetzt noch nicht so weit, der Kreis ist noch nicht ganz zu, aber es passt irgendwie gut zusammen, ja, das stimmt schon. und gerade mit dem Bezug... Hat sich ohne ausdenken können. Ja, wie so eine Hollywood-Schmonzette. Ja, aber das ist, also wenn der Kontakt da nie abgebrochen ist und der Kreis sich dann schließt, ist es ja schon, also, dein Herz ist ja, schlägt ja für die Musik und gerade wenn, ich glaube, es braucht solche Menschen auch, wenn du sagst, also die Schule ist klein, die Klassen sind klein, ich weiß nicht, wie es mit Nachwuchs ausschaut, ob da zu kämpfen drum ist oder wie viele die Ausbildung machen und danach vielleicht was anderes machen und ich glaube, du kannst die Leute begeistern und da hast ja auch einen Füllhorn an Geschichten und Erfahrung, die du damit reinbringen kannst. Probier es zumindest, oder soll zumindest das Ziel von jedem Lehrer sein, dass er, das gelingt natürlich, manchmal, meistens nicht, aber wenn du das so ab und zu mitnehmen kannst und merkst, jetzt haben alle in diesem Klezzimmer Spaß und nicht bloß der Lehrer, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Ja, das glaube ich auch, ich erinnere mich an meine Schulzeit, dass gerade, ich glaube, die Lehrer, die etwas mehr aus dem Leben gekommen sind, waren, glaube ich, die, bei denen ich am meisten mitgenommen habe oder von denen ich am meisten mitgenommen habe. Man muss natürlich schon ein bisschen unterscheiden, wenn jetzt jemand in einem Gymnasium zum Beispiel Gymnasialehrer ist, wie viel Praxisbezug kann der einbauen? Natürlich gibt es immer wieder vielleicht in seinem Fachbereich neue Theorien, die er einbaut und das machen ja, ich glaube, jeder, der in dem Bereich tätig ist, interessiert sich auch für seinen Fachbereich und informiert sich und nimmt das dann mit, aber in so einem praxisbezogenen Beruf du hast die natürlich viel leichter, weil ja ständig irgendwas passiert, du kannst Fachzeitschriften durchblättern und siehst jetzt Monat irgendwelche neuen Instrumente, neue Arbeitsmethoden, alles Mögliche und das brauchst du ja bloß mit in Schulnahme. Dann tust du die natürlich da schon leichter, wie wenn es jetzt 40-Germitte-Unterricht ist oder was. Das stelle ich mir vor, ich habe es noch nicht gemacht. Das kann schon sein, weil als Erinnerung an die Lehrer, die ich am positivsten Erinnerung habe, waren so die Sport- und Musiklehrer. Ich glaube, das ist bei jedem so. Aber das geht ja in die Richtung, also Sport oder Musik, da ist ja viel Praxisanteil dabei. Das ist etwas Aktuelles, ja. Ja, und das Thema Musik und ich habe ja gesagt, also du bist ja ein leidenschaftlicher Musiker und bist sehr neugierig. Das führt ja auch dazu, dass du dir in deiner Freizeit dich also nicht nur damit beschäftigst, sondern auch neuen, parallel anderen Dingen widmest. Du bist seit letztem Jahr verantwortlich für GAPA Live, also war früher Musik im Park, weil der der Edi tragischerweise Anfang letzten Jahres verstorben ist, der Musik im Park gemacht hat und damit jemand gesucht wurde, gebraucht wurde, der das macht und der Salakobi hat gesagt, ich bin da. Nicht gleich. Nicht gleich? Nicht gleich, nein. Also, ich habe ja bei Musik im Park selber mitgespielt über zwölf Jahre, glaube ich, unter dem Edi seiner Leitung, Big Band, kleinere Besetzungen, alles Mögliche und der Edi war, der Edi ist ja der Onkel von meiner Frau und deswegen sind wir familiär verbunden gewesen und wir haben uns immer sehr gut verstanden und das war immer so ein bisschen ein Mensch, wo man aufgeschaut hat. Der hat seitdem durchgezogen, jetzt nicht in Ellenbogenmanier, aber wenn der was machen will, dann hat er es so gemacht, wie er es machen will. Und ich habe gewusst, dass diese Fußstapfen sehr groß sind und ich habe mir das eigentlich überhaupt nicht zutraut. Und es sind dann einfach ein paar Bekannte auf mich zutreten und haben halt gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, dass du das machst. Das wäre halt schön, wenn es jemand vom Ort wieder machen würde, wenn jetzt nicht irgendjemand von wer weiß woher oder vielleicht sogar extern das macht, ohne vor Ort zu sein und das irgendwie betreut. Und auch viele Musiker, die unter dem Edi mit mir miteinander gespielt haben, haben dann irgendwann gesagt, du hast irgendwo die Zeit, weil du bist Lehrer. Das ist halt so. Und warst jahrelang dabei, kennst dir ein bisschen aus, aber ich habe natürlich überhaupt keinen Dunst vor die ganzen Hintergründe gehabt. Das ist jetzt gerade das Spannendste für mich eigentlich. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich bewirke mich jetzt auf diese Ausschreibung hin, wo ja noch nicht gesagt ist, dass du das dann auch machen darfst. Der erste Schritt war einmal zum sagen, ich könnte mir jetzt, nicht einmal ich traue mir es zu, weil ich habe es mir nicht zutraut, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da irgendwie vielleicht reinwachse. Das war der erste Schritt. Und der erste Schritt war dann im vergangenen Jahr dann die ersten Erfahrungen zu sammeln und da in diese Fußstapfen zu treten beziehungsweise vielleicht auch zu schauen, ob du im Sinne dieser Fußstapfen da auch mal neue Wege gehen kannst. Und das hast du gut gemacht. Und das war, glaube ich, für alle eine unwahrscheinlich schwierige Situation unter diesem Zeitdruck beziehungsweise auch mit den Rahmenbedingungen da was auf den Weg zu bringen. Und seit diesem Jahr ist unwahrscheinlich viel von deiner und vermutlich von Camillas Handschrift mit zu erkennen, was in die Richtung, also Gapa Live, ein neuer Name, der dafür steht, dass es mehr im Ort ist und nicht ausschließlich im Churpark Garmisch und Patenkehren. Und was sind da so, also was ist dein Ansatz zu sagen, wie bringe ich die Musik in den Ort? Also der Grundansatz ist erstmal, dass ich auf Korn freue, das warst der Edi über, du warst das besser, 17 Jahre, oder? Jetzt habe ich dir überfallen, Entschuldigung, Sagen wir, über viele Jahre. 17, 18 Jahre waren das, glaube ich, aufgebaut hat und da wirklich wahnsinnig gut und mit extrem viel Einsatz und Enthusiasmus gemacht hat, das jetzt abzu schneiden und zu sagen, wir machen das jetzt neu und wir machen das jetzt besser. Das ist nicht der Ansatz, sondern wir haben festgestellt, dass es gibt halt einfach extrem viel Veranstaltungen, es gibt ein großes Angebot in Garmisch, Patenkirchen, wenn man jemand hört, der sagt, bei uns ist nichts los, dann weiß ich aber gar nicht, was man zu sagen soll. Am liebsten teilt es dem irgendeinen Kalender aufschlagen und sagen, schau dir mal um. Und dadurch kommt eben das Problem auf, dass man die Leute dazu bringen muss, dass sie in Chorperk kommen. Bis jetzt war, der Edi hat auch schon außerhalb von Chorperk einiges gemacht, aber der Hauptblock war in Michael Lendi Chorperk. Und da musst du die Leute aktiv reinbringen und mein Gedanke war dann eben, warum bringen wir nicht die Musik dahin, wo die Leute eh schon sind und nicht andersrum. Und das ist jetzt das, was wir verfolgen. Die Grundgedanken, es soll für jeden was dabei sei, für jedes Alter, für jeden Musikgeschmack, egal ob Gast oder Einheimischer, einfach für jeden, der singheimisch aufhäutet und irgendwas mit Musik anfangen kann, soll da irgendwas dabei sein. Das ist immer nur der Grundgedanke, den der Edi auch schon gepflegt hat. Ja, du weißt, es ist nichts los, wie viele Veranstalter oder wie viele Konzerte sind das in der Saison? Also letztes Jahr waren es in Summe, da kennen die Musikkapellen dazu, 165, diese haben wir ein bisschen abgespeckt, weil man auch darauf reagieren muss, dass eben die Schotten kommen und BMW ist und tolle Veranstaltungen schon gibt, weiße Nacht und alles mögliche stattfindet, Alpentestival, haben wir das Ganze ein bisschen abgespeckt und sind jetzt insgesamt aber immer noch bei um die 120 Veranstaltungen werden es werden. 120 Veranstaltungen im Zeitraum von Mai bis Oktober. Wir versuchen es ein bisschen jetzt auszudehnen über das ganze Jahr, was wir noch nicht voll schaffen, aber das ist auch noch ein Ziel, zu versuchen diesen dichten Veranstaltungskalender mit unserem Programm auch noch ein bisschen zu entzerren, aber bis jetzt ist es Mai bis Oktober und bei Winter im Park machen wir auch ein paar Sachen. Der Großteil findet von Mai bis Oktober statt. Das ist echt der Wahnsinn und da auch allen, die denken, es ist nichts los, das ist in der Tat was los und es sind ja fast alle mit kostenfreiem Eintritt. Dieses Jahr sind noch alle bei, oder es sind alle mit freiem Eintritt. Kostenfreier Eintritt, das hört sich auch sehr gut an. Also die Veranstaltungen sind kostenfrei und ich habe letzte Woche erst ein Format live erleben können, was echt sehr lässig war in der Ludwigstraße mit vier verschiedenen Musikgruppen, wurde in vier verschiedenen Lokalen, oder die haben in vier verschiedenen Lokalen gespielt und nach einer halben, dreiviertel Stunde haben sie ihre Sachen samgebackelt, sind ins nächste und eine andere Gruppe kam wieder in das Lokal. Das war echt super lässig, weil es jedes Mal unterschiedliche Musikrichtungen waren und es eine sehr, sehr kurzweilige Unterhaltung gewesen ist. Danke, ich habe mich total gefreut, dass du da warst, dass man ein paar pikante Gesichter gesehen hat und wenn es dir Spaß gemacht hat, umso besser. Gefällt mir. Ja, war sehr cool. Gerade speziell Thema für Kinder ist mit dir, glaube ich, auch neu dazugekommen. Durch das, dass ich eben selber Vater bin, war mir das letzte Jahr ganz wichtig, dass man eben für Familien mit jungen Kindern auch was hochbietet und da man tolle Veranstaltungen im Kurpark gehabt, da waren ja richtig viele Leute, das waren echt die Highlights einfach letztes Jahr mit Roger aus Kambodscha und Tom Palmi und die kommen dieses Jahr auch wieder. Also wenn es wieder, wieder passt, was sicher der Fall ist, freuen wir uns, wenn da wieder richtig früh los ist, weil das war einfach genial, wenn du mal sechs, siebenhundert Kinder vor der Kurparkbühne dann, und Kinder sind so hemmungslos, oder? Da gibt es kein, ich schaue erstmal was passiert, sondern da gibt es nur Vollgas und dann haben die alle mitgemacht und tanzt und das Wetter hat gepasst und es war einfach Wahnsinn, also da ist mir das Herz aufgegangen, muss ich echt sagen. Sechs, siebenhundert Kinder. Da war es einfach bummvoll. Wahnsinn. Das ist echt cool. Das war echt cool. Ja, ist auch unwahrscheinlich wichtig, ist unwahrscheinlich wichtig auch in dem Bereich. Man vergisst es leider manchmal, ja, dass Kinder sich auch gefrehen, wenn was passiert. Habe ich natürlich vorher auch nicht auf dem Schirm gehabt, das wird dir dann also richtig klar, wenn du überlegst, was machen wir denn heute? Ja, das ist gut. Also ich glaube, das machst du viel, machst du sehr, sehr cool. Wenn Informationen zu den Musikveranstaltungen von GAPA Live, es gibt einen Instagram-Account, GAPA Live, den verlinke ich in den Show Notes und in der Kommunikation. Super, danke. Website gibt es auch von GAPA Live? Das ist eine Unterseite von GAPA Tourismus, aber ist ein eigener, also wenn es hier GAPA Live gibt, dann kommt es da rein, dass das Programm hinterlegt. GAPA-Tourismus slash GAPA Live. Genau. Aber einfach GAPA Live bei Google-Eigem. Oder verlinke ich auch in die Show Notes. Dem Suchanbieter eurer Wahl. Dann kommt man da rein. Genau. Ja, cool. Welche Highlights stehen jetzt noch bevor zu diesem Sommer? Was echt Wahnsinn wert, wenn es wieder, wir haben halt immer diese Wetterthematik nach wie vor, aber wenn es wieder mitsprüht, am 11. Juli, ich hatte einen Kalender mit, am 11. Juli, Dreisam und Derisch haben dieses Jahr ein gemeinsames Bandjubiläum. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht wieder falsch sage, sonst kriege ich einen auf den Deckel, wenn ich sie älter mache, als sie sind. Derisch 10-jähriges Jubiläum, Dreisam 20-jähriges Jubiläum, zusammen 30 Jahre und das findet im Rahmen von GAPA Live statt. Wir sind Veranstalter von diesem Jubiläumsabend und das wird im Michael-Lendekor-Perk auf der großen Bühne, das wird der Wahnsinn. Cool. Da glaube ich, lassen wir mal richtig Zahra aus, wenn man so sagt. Also für diejenigen, die nicht aus dem Landkreis kommen, Derisch und Dreisam sind seit 10 oder 20 Jahren also die angesagtesten einheimischen Stimmungs-Party-Bands, die auch in den Bierzelten spielen, also Dreisam spielt im Garmischer-Bierzelt, Derisch spielt im Patenkirchener-Bierzelt und wo richtig das Zelt bebt. Kann man glaube ich sagen, ja, und da wird es auch beben. Aber wir haben natürlich noch ganz viele tolle Veranstaltungen. Wir haben Klassiker dabei, die der Edi schon mit auf den Weg gebracht, was heißt mit auf den Weg, die hat der Edi auf den Weg gebracht und die haben übernommen, weil sie einfach nach wie vor gerade ankommen. Wir haben natürlich die Musikkapellen nach wie vor, Mittwoch und Freitag, Mittwoch Patenkirchen, Freitag Garmisch, die sich immer neue Sachen einfallen lassen. Wir haben letztes Jahr eingeführt die Special Nights, die sind immer Donnerstags, wo wirklich mal andere Genres auch rauskommen und wo man sich mal ein bisschen andere Musik anhören kann, als man es sonst hört. Von Singer-Songwriter über Jazz, Weltmusik, Musikkabarett ist da alles vertreten, dass wirklich für jeden was dabei ist. Und dann gibt es bewährte Formate wie die Afterwork-Partys beim Grönner, die tollen Abende, Quartan-Press. Jetzt muss ich auch leer aufzahlen, weil sonst kriegst du Ärger. Im Klammhaus gibt es tolle Katreiner, von die Katreiner tolle Obergräner Musik. In der Wärtenfesserei gibt es Bar-Jazz. Am Wank haben wir Volksmusik. Also es ist wirklich für jeden, für jeden was dabei. Und ein paar neue Formate gibt es immer. Salsaabende, die sind auch im ganzen Ort verteilt, das ist neu. Also man kann einmal am Morgenplatz zum Beispiel in der Ludwigstraße vor der Spielbank bauen wir so ein bisschen kubanisches Straßenflair auf mit Beleuchtung und die Katrin macht einen Salsa-Kurs, einen kleinen Einführungskurs und dann kann man da ganz ungehemmt zu Lettenmusik tanzen. Cool. Solche Sachen nehmen wir halt jetzt auch mit auf. Cool. Also ihr merkt schon, es ist unwahrscheinlich viel geboten und das heißt Darmadrücken dafür, dass das Wetter beständig bleibt, weil das, was wir die letzten Wochen und Monate hier erlebt haben, das ist etwas viel Regen und Temperatursturz, was jetzt wenig sommerliche Gefühle und Stimmung aufkommen lässt. Bei uns ist es bloß eine Veranstaltung, die ausfällt, woanders geht, woanders geht, woanders geht, wir sind immer noch gut davor gekommen. Das ist richtig. Aber es ist so und so ärgerlich. Du steckst viel Zeit und Kreativität rein und von daher hat es das schon verdient, dass da die Zuschauer kommen und dass der Wettergott mitspielt. Korbinian, jetzt sind wir hier durchmarschiert. Steuergange in der Meister-Eder-Werkstatt. Und es war ein wundervolles Gespräch mit dir und super spannend, alles mal zu hören, was du so erlebt hast, was dein Weg gewesen ist und wo dein Weg noch künftig hinführt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe für meine Gäste ein kleines Geschenk. Und zwar dürfen sie den Untertitel der Episode beisteuern in Form eines Slogans, eines Mottos, einer Lebensweisheit. Und das darfst du jetzt tun. Ich bin ja nicht ganz unvorbereitet, weil ich deine Podcasts ja gerne höre, das bleibt dann nicht aus, dass man das weiß, dass das kommt. Und deswegen habe ich mir einen Satz rausgesucht, der mir wichtig ist und irgendwie auch passt. Wenn das Leben dich nicht anlacht, dann musst du es kitzeln. Das ist gut. Das wäre so mein, was ich da mitgib oder was ich... Das ist sehr gut und ich lache nicht, weil du mich kitzelst, sondern ich freue mich, dass du so top vorbereitet bist. Also, Kobinja, ich sage mal vielen Dank für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für deine verschiedenen Themenfelder, die du so abdeckst und bewahre dir die Freude als Musiker und ich bin gespannt, wir müssen das nächste Mal sehen, ob du dann 20 Instrumente spielst. Ich sage danke, dass du da bist. David hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit und gehen jederzeit gerne wieder auf RwB vorbei oder einfach auf den Hohrgarten. Sehr gerne. Mei, war das ein schöner Hohrgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Kinder habt und überlegt, ob sie ein Musikinstrument spielen sollen, ganz wichtig, überhaupt eins ist allererste Wahl und wenn es dann Klavier wird wegen der Notenstüssel und der Harmonien, dann wird es ein Klavier. Ansonsten, wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen seid, zu Besuch seid oder hier wohnt, dann schaut vorbei bei GARPA Live. Es ist für alle und für jeden was geboten. In diesem Sinne, Pärdeich, bis zum nächsten Mal. Pärpärich, 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 Pärpärich,